Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 5 Übungen für eine Bewegungspause. Du kannst jetzt diese Übungen entweder einzeln machen oder du machst das ganze Paket. Dann hast du den ganzen Körper aktiviert. Wir wollen uns natürlich durchbewegen, stabilisieren, aufrichten, kräftigen. Mach somit, wie du dich wohlfühlst und einige Übungen kannst du sicherlich auch im Sitzen machen. Aber generell natürlich möglichst viel aufstehen, gehen, bewegen, also den Alltag einfach bewegt gestalten. Und stell dich zuerst in die hüftbreite Position. Deine Knie sind etwas durchlässig. Wie gesagt, vielleicht sitzt du ja auch noch. Dann fängst du auch im Sitzen an, wenn du möchtest. Deine Hände zu deinen Schultern nehmen und jetzt im Wechsel rechts und links den Ellbogen zurückkreisen. Achte darauf, dass dein Becken möglichst stabil bleibt. Was wir jetzt aktivieren ist, genau, Schultergürtel, Schultergelenke und auch die Brustwirbelsäule. Also du kannst die Bewegung schön groß machen, sodass du merkst, deine Brustwirbelsäule bewegt sich mit. Ich kreise nach hinten, denn nach vorne, das machen wir öfters im Alltag, oder? Aber du kannst natürlich auch mal nach vorne kreisen. Beende die Übung aber immer nach hinten in der Aufrichtung. Den Atem fließen lassen, das ist auch wichtig, wirklich konzentrieren darauf, durch die Nase ein, durch den Mund auszuatmen. Dann lässt du wieder los, entspannst deine Arme. Stütz dich jetzt in den unteren Rücken ein, darfst deine Knie auch strecken, also aufstehen jetzt. Und richte den Blick nach diagonal oben. Jetzt spürst du die Dehnung in der ganzen Vorderseite. Und stütz dich hier ruhig ab, gib dir hier Halt. Einatmen und wenn du ausatmest, dann gehst du nach vorne und wirst rund. Dreh deine Fingerspitzen ruhig nach innen und mach deinen Rücken ganz rund. Nochmal einatmen, nach hinten dich abstützen. Brustbein öffnen vorne, auf dehnen, ausatmen, rund. Im Sitzen könnte das auch so aussehen, dass du deine Unterarme auf die Oberschenkel ablegst und dich hinten einstürzt. Einatmen und aus. Ruhig dein Tempo, du kannst auch ein paar Atemzüge in einer Stellung verharren. Verharren, das ist natürlich auch völlig okay. Was du jetzt durchbewegst, ist deine ganze Wirbelsäule. Du dehnst hier die Vorderseite auf, die oft verkürzt durch lange Sitzen. Hier den Rücken, vor allem auch den unteren Rücken entspannen, der oft verspannt. Einmal noch in die Aufrichtung, dich aufdehnen und dann löst du wieder auf, entspannst. Super. Dann nimm deine Arme jetzt in Richtung Decke und stell dir vor, da oben hängen Äpfel und du möchtest sie pflücken. Zieh dich auf deine Fußspitzen und streck dich so richtig lang. Trete rechts und links. Wenn du jetzt viel schreiben musst im Alltag, dann öffne ganz wichtig auch deine Finger, Fingerspitzen, spreizen die Finger und vielleicht auch mal mit den anderen Rücken nach oben und dich ganz hochziehen auf deine Fußspitzen. Die Äpfel hängen ganz weit oben, da wo du fast nicht hinkommst, strecken, atmen und wieder nach unten kommen, entspannen. So hast du dich wirklich stabilisiert, durch das nach oben ziehen auf die Fußspitzen, deine Faszien aufgedehnt, deinen Bandscheiben Platz gegeben, durch das Strecken und Rekeln, deine Finger auch mitbewegt, eigentlich den ganzen Körper durchmobilisiert. So, die nächste Übung, die ist bei deinen Füßen, das heißt, du stehst, kannst auch sitzen, öfft breit und jetzt zieh deine Fußspitzen an und heb deine Fersen. Also mach, ich zeige es dir mal seitlich, eine Wippe, zieh dich ganz hoch und heb beide Fersen an. Fersen anheben ist bestimmt nicht so einfach und du spürst die Dehnung in der Wade. Natürlich aktivieren wir hier die Waden, die das Blut zurück in den Körperkreislauf pumpen, also ganz wichtige Venen pumpen. Hilft bei schweren Beinen oder eben wenn man viel sitzen oder stehen muss, kann man auch unauffällig zwischendurch machen. Wichtig ist deine Aufrichtung, am besten den Blick in den Horizont. Du kannst dir auch öfters am Tag eine Krone auf deinem Kopf vorstellen, die du rumträgst. Aufrechte Haltung macht gute Laune. Okay, dann löst du, lockerst kurz ein bisschen durch, schüttel ruhig aus die Beine. Und dann kommt noch eine Übung, die du auch wirklich irgendwo zwischendurch gut einbauen kannst. Heb einen Fuß ab, das kann auch wirklich nur ein Zentimeter vom Boden sein und versuche möglichst dich hier auszugleichen. Wenn du jetzt telefonierst oder Zähne putzt, dann hast du auch schon Bewegung oben, also du bringst dich sozusagen aus der Balance. Wenn du willst, kannst du auch mal die Hände schließen und so ein bisschen vor dir schütteln nach rechts und links, zeigst dir von vorne. Und durch dieses Rütteln und Schütteln bringst du dich aus der Mitte und deine Mitte wird dadurch stabilisiert und aktiv. Fußgelenk, Muskulatur, Knie, Hüfte, lösen wir wieder auf, wechsel gleich die Seite. Merkt man gleich, oder? Andere Seite. Jetzt spüre gleich den Unterschied. Es gibt immer eine gute und nicht ganz so gute Seite. Da steht man vielleicht lieber wie auf der anderen, oder? Noch mal die Hände schließen und wenn du möchtest, rüttelst du. Aber bring dich nur so viel aus der Balance, dass du den Fuß noch in der Luft halten kannst. Also sobald du unten tippen musst, ist es zu viel. Aber so knapp an die Grenzen bringen. Dann reagieren die tiefen Muskeln. Immer so 20, 30 Sekunden, gar nicht länger, wieder lösen. Noch mal, noch mal auf das andere Bein. Handballen drücken, kleine schnelle Bewegung. Wieder lösen, andere Seite. Also wie gesagt, es reicht auch schon nur so zu stehen. Oder kleine Bewegungen machen. Auch gut für unser Gehirn. Werden wir wieder wach. Gleichgewichtsübungen machen uns frisch. Noch mal. Jede Seite noch einmal, okay? Noch einmal wechseln. Kurz stehen, shaken, atmen. Augen schließen, wenn du willst. Beliebige Schwierigkeitsgrade dranhängen. Wieder lösen, andere Seite. Sehr gut. Dann wieder auflösen. Auf beiden Füßen stehen. Hinein spüren. Was hat sich verändert? Wie fühlst du dich jetzt? Du müsstest dich stabiler fühlen, verwurzelter mit dem Boden. Aufrechter. Du fühlst dich vielleicht wohl an deiner Haut. Dein Rücken fühlt sich gut an. Oder? Die Krone auf deinem Kopf sitzt. Schmür nochmal deinen Atem. Vielleicht merkst du auch, dass dein Atem jetzt sich freier anfühlt. Sehr schön. Eine kleine Zusatzübung, die du wirklich immer mal wieder einbauen kannst. Entweder öffnest du einfach nur deine Arme hier nach hinten. Wichtig ist, dass wir vorne aufmachen. Oder du fasst deine Finger. Also kreuzt die Finger und richtest dich hier auf. Kannst dich auch in den Türrahmen hineinstellen. Kennst du bestimmt, oder? So. Und aufdehnen. Da haben wir dann mehr Luft. Unsere Haltung verbessert sich. Löse sie da auf. Schüttel dich ruhig aus. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Und vielleicht hat dir die ein oder andere Übung ganz besonders gut getan. Und du merkst sofort deinen Unterschied zu vorher. Baue sie wirklich mal in deinen Alltag mit ein. Oder du machst dieses ganze kleine Workout zwischendurch immer mal wieder. Ich denke, so jede Stunde, ungefähr zwei Minuten lang, sollte man sich bewegen. Einfach dran denken. Dir vielleicht irgendwo einen Erinnerungszettel hinkleben. Und dann einfach die ein oder andere Übung machen. Also viel Spaß. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr Lust auf Bewegungspausen hast, es gibt auf meinem Kanal eine ganze Playlist mit Bewegungspausen. Schau doch einfach mal rein. Es gibt auch kurze Videos, lange Videos, Wirbelsäulen-Playlists. Es gibt verschiedene Challenges. Also auf meinem Kanal findest du dich bestimmt noch besser zurecht. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich vielen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video. Heißt deine Unterstützung. Wenn du da drauf klickst, kannst du mich mit monatlich zum Beispiel 5 Euro oder 2,50 Euro, was du möchtest, unterstützen. Abonnier meinen Kanal kostenfrei oder sei ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann.